Ey Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, alles gut. Mir ist gerade was richtig krasses passiert. Und zwar unter meiner Wohnung, eine Bäckerei, gehört einem Türken, so einem Hadji, ein richtig, richtig cooler Typ. Da kaufe ich jeden Morgen meinen Kaffee und meinen Croissant. Jedenfalls bin ich runter, guck so in die Auslage. Buttercroissant, Schokolade, Marzipan, auf einmal guck ich so, oder? Schinken, Käse, Croissants, seit wann das? Ich so, ach ihr seid, wann verkaufst du Schwein? Er so, was ist Schwein, ja? Ich bin nicht Schwein verkauft, ich bin dieser Laden nur Highlight verkauft. Ich sag, aber du hast da Schinken-Croissants. Ja, Kollege, das ist nicht Schwein, das ist Chichen, Hühnchen. Ich sag, Bruder, Schinken ist Schinken, Schwein, nicht Hühnchen, Chicken. Hat er seinen Sohn angerufen, ihn kurz gefragt, der hat ihm das auch bestätigt. Er hat die dann sofort rausgenommen. Und ich hab heute eine Menge Araber und Hüten davor bewahrt, Schwein zu essen. Bis dann.